Diese hier zum Kauf angebotene gut gepflegte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Frankenthal. 1998 wurde das Wohnhaus erbaut und 2010 saniert. Die Immobilie befindet sich in der ersten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt ist stufenlos zugänglich. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 65 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 99.000 Euro. AC Immobilien beantwortet gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017